Bilder, wie ich sie sehe. Die Ausstellung Drive-By des Einbecker Fotografen Jaro Suchner in der Newcomer KWS Art Lounge wurde feierlich eröffnet. Von malerischen Panoramen, detailverlebter Naturfotografie bis zu actionreichen Bildern von Musikern bei Live-Auftritten. Suchner verfügt über ein großes Repertoire. Schlagersänger, Erdmann fragt, dann wisst ihr hier nicht, was ihr den Bezug wisst. Ich glaube, es gibt einen Schlagersänger, für den würde ich es machen, das ist Peter Marei. Suchner's Werke können noch bis zum 16. September in der Tidexer Straße betrachtet werden. Die Eröffnungszeiten sind mittwochs von 11 bis 13, sowie 15 bis 17 Uhr, freitags von 16 bis 18 Uhr und sonneabends von 11 bis 13 Uhr.